Herr von und zu. Na, in Flenskuchen? Ich muss ja vorher fragen. Ich nehm... Ich nehm... Ich nehm nur ein kleines. Nee, hier. Flensy. Flensy. Wie? Ich sie schon nicht. Ach, leere Flaschen doch mal nicht zumachen, wa? Bei der letzten Party war wieder was los. Alle waren und breiten Stimmung war groß. Hier fühlte sich so richtig wohl. Aber leider gab es zu wenig Alkohol. Die letzte Party war wieder mal gar nicht nach ne halben Stunde ganz die erste Schädel rein. Weil das Bier schon wieder alle war. Ging's um die letzte Flasche? Na, lass dich doch mal. Olle Hugo fickte schon nicht mehr ganz mit. Da schien die Flasche übern Schädel glitt. Doch wir alle fanden das nicht so toll. Denn leider war die Flasche noch voll. Es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder frei. Ob wir, ob fort, oder hell. Nur zu uns auf'n doppelkarabell. Wir sind wieder frei. Wir sind wieder frei. Wir sind wieder frei. Ob wir, ob fort, oder hell. Und los zu uns auf'n doppelkarabell. Wenn die Leber aufsteht. Und man zusammenbricht. Ist man kurz bevor. Vom Himmelskurs. Doch das stört uns nicht. Doch wenn das Leben fliegt. Wir sind wieder frei. Denn das sind wir nie. Und das tritt man noch nie. Der Wunschrampf, mein Babys und die Straßenbahn. Da fängt Olle Klaus zu kotzen an. Irgendwie passt es den Fages nicht. Wenn man ihnen auf die Füße fliegt. Dann ist ein Haltestelle in vollem Spiel. Bis die Karre fast aus der Kurve fliegt. Der Wunschfahrer ruft. Gleich sind wir da. Und wir schreien alle. Hurra! Es ist wieder soweit. Wir sind wieder frei. Ob wir, ob fort, oder hell. Und los zu uns auf'n doppelkarabell. Wenn die Leber aufsteht. Dann ist ein Haltestelle in vollem Spiel. Und man zusammenbringt. Wegen dem Gleichgewicht. Ich war kurz davon. Vor dem Himmelskurs. Doch das stört uns nicht. Wenn man dich abrückt. Doch wenn das Leben fliegt. Wie du weißt, wir füßt. Denn auch sind wir hier. Der ist ein Haltestelle. Der ist ein Haltestelle. Gott. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020